so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es den smooten kriminellen 100 euro box von büros specius in dieser stelle rest in peace ja die box seht ihr selber tatsächlich nur angeblich 1000 gramm pro kül ja durch und durch gefächert schauen wir mal okay es war krimineller so 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 aber leute ich hoffe euch ist ein schwindelig tut mir leid der der fächer ist so breit das wahnsinn wahnsinn gute box krass hätte ich nicht gedacht so 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 so